moin moin leute wir sind heute wieder mal auf einer übernachtungstour wir wollen ja zwei übernachtungen machen sind hier an kies teichen überlegen gerade noch wo wir unsere nacht heute nacht verbringen wir sind heute richtig hart bepackt ja mein kumpel tobi ist heute mit dabei und er hat irgendwie alles eingepackt was er gefunden hat um zu gucken was wir von seinem nächsten urlaub brauchen und entscheidet mal selbst ob er es ein bisschen übertrieben hat hi tobi stell dich mal vor ja moin ich bin tobi habe mir gedacht nehmen wir alles in equipment mit was ich so habe daher demnächst dann der schweden urlaub ansteht und wir vorab schon mal ein bisschen sortieren wollen was ist das vorne für ein rucksack das sind beides das manchen tiger rucksäcke das ist ein etwas neueres modell wie heißt er gerade erst gewonnen das müsste das modular pack 45 sein und hinten mk2 oder wie der heißt genau ich trage im moment den alten passfinder wieder das sind die originalen taschen das sieht man jetzt nicht so ich zeige euch das nachher ich trage auch wieder mein tasmanian tiger passfinder der rucksack wiegt ich glaube 34 kilo und ich trage auch eine tüte also ich denke ich bin insgesamt so bei 40 kilo bestimmt und hoffe wir finden bald mal stelle wir suchen jetzt erstmal weiter und dann komme ich gleich wieder zu euch so wir sind jetzt endlich angekommen ganz schöne schlepperei wir sind hier an einem kleinen see und hoffen hier ist nicht so viel los wie an den anderen eigentlich ist hier ganz schön so wir bauen jetzt erst mal auf und dann melde ich mich gleich noch mal so wie es ist ich bin jetzt noch mal was trinken würde kommt er? nein abgeboten nein bitte Prost Prost viel Spaß Kopfchen ne Kopfchen ne und man bringe mir mein bier oh geil, hab ich schon erzählt, dass phobie es liebt, leute in der hängematte abzuschlappern, ich fick zurück, keine angst, ich ficke zurück, nein, und ich sag's doch, zieh mir meine handschuhe an, danke hat die diesen matten einschub, keine Ahnung, die hat ein Moskito nicht, das ist schon mal ganz geil siehst du auch mal, gleich, ach komm her, ich hab mich verlaufen unter den Tarts, lass Papa auch mal ran ein Major-Hike, die von der Hänge? ja ne, ich glaub nicht, die Einlage steht runter da kannst du noch mal eine Weiskanze hochsteigen und dann machst der sowieso einen Tarts und dann stemmst du's da ein an die Ridge Line cool ja, ich glaub ich mir auch noch eine Hohle kurz zum abhängen ja, ganz echt 85 Euro für beides pack auf, oder? ja geil 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 das geil ist halt auch angemassen naja jetzt hab ich schon die Zucht drauf ist hier wenn du die ein bisschen bananiger machst, dann kannst du auch noch drin sitzen, das ist doch noch ein Hocker, oder? cool so, das Lager ist jetzt aufgebaut und ich mach mal einen Rundgang mit euch Tobi schläft im Zelt für eine Person hat man massig Platz, aber auch zu zweit kann man im Zelt noch gut schlafen nur mit dem ganzen Gepäck wird's dann irgendwann eng wir haben zwei, dreimal drei, die die Hemhocks zusammengespannt Tobi seins in grün und meins in Flecktarn genau das Lager steht soweit, jetzt werden wir erstmal Holz sammeln und dann kann der gemütliche Teil des Abends beginnen ja, die ist schon echt geil, die von Akoi-Säge du sagst du das Geld, auf jeden Fall ich hab hier die von Pitzkas tsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben jetzt Holz gemacht, beziehungsweise die meiste Arbeit hat Tobi heute gemacht. Er hat fleißig gesägt. Wir haben noch eine alte Zinkwanne gefunden, die wir zum Feuermachen nehmen werden. Mal gucken, ob das so gut klappt. Und heute Abend werden wir auch noch was Schönes köcheln. So, die Arbeit ist geschafft. Jetzt beginnt der gemütliche Teil. Tobi, ich tue. Ich habe hier noch dein Geburtstagsgeschenk im November bestellt. Endlich ist es da. Es war komplett durchnässt. Der Karton hat sich leider verflüssigt. Es kam nur noch als Brei aus der Tüte. Es war klitschnass. Der Feuerstahl fehlt. Es hat acht Monate gedauert oder so. Aber es ist da. Ich finde es ganz cool. Leider, der Feuerstahl fehlt halt. Ich hoffe, das gefällt dir trotzdem. Bitteschön. Dankeschön. Gurtschneider. Hier kannst du aber abschneiden. Irgendein Dremel oder Seiberunzen, das das Ding abschneidet. Sonst finde ich das Messer echt schick, dass hier der Griff festgemacht ist. So finde ich ein ganz schöner Bruch extra hier mit Scharf gemacht, damit man den Feuerstahl der nicht dabei ist bedienen kann. Ich finde es echt schick. Ich habe ja das Deer Grills Outdoor Messer. Das ist nicht so schick. Dann ist das gut. Ein guter China Messer. Und Tobi? Lecker Schmeck. Ich habe mich aus meinem letzten Urlaub mitgebracht. Kräuterlikör mit Blutwurz. Das ist Schlagstein. Alles in einem, Mensch. Die Chinesen denken an alles. Nur nicht einfach ganz. Ich glaube, die müssen das unterm Boot langgezogen haben. Unvergessen. Keine Ahnung. Auf dem Meereskot. Deswegen Wasser auf dem Nass. Der schmeckt aber gar nicht nach Alkohol. Ich meine gerade E-Milk. Ich glaube, wenn man den Teich trocken ist und die durch die Nase, Reinfüße stinkt immer noch nicht so wiederholen. Das riecht man aber nicht mehr. Tobi. Du willst lieber den Anatol, weil der immer schimpft. Der beachtet dich mehr, ne? Freude, der Likörner Blutwurz. Der Blutschutz. Riecht mal, der riecht schon lecker. Oh, nee. Der desinfiziert alles. Ich finde, trotz 60% ist der ziemlich mild. Findest du nicht, oder was? Nicht deins? Der wärmend nach. Oh ja. Aber lecker. Ich finde den echt lecker. Der hat mich Sinn. Ich wollte eigentlich die große Blasche kaufen. Die große Blasche ist 0,5. Und wollte über 30 Euro kosten. Ey, klar. Ähm, ähm, nee. Grenzweil Destination. Qualität aus Tradition seit 1882. Alter, jetzt wärmt es. Jetzt geht es wieder. Aber der kann eben gerade nochmal so hoch. Durch die Nase. Also, wie weit der das abgeschnitten hat. Was ich ganz cool finde, hier unten ist auch ein Loch, damit das Wasser rausläuft. Falls noch was da reinläuft. Echt, find ich echt schick. Ja. Mal gucken, ich hab ja, weil deins nicht kam, eine Woche später auch eins bestellt. Das soll... Ende nächsten Monat oder so. Ja, aber der will beachtet werden von dir, nicht von mir. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020